Hallo liebe Spieler von Leitstellen-Spiel.de, ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe im Jahr 2014 habt ihr genauso viel Erfolg wie im Jahr 2013, wenn nicht noch viel mehr. Ja, was ist im Spiel passiert? Im Spiel, ich habe über die Tage, habe ich auch ein bisschen gearbeitet, habe ich ein bisschen am Spiel programmiert und zwar sind jetzt die Weihnachtseinsätze erstmal wieder deaktiviert worden. Das heißt, diese ganzen Einsätze rund um den Weihnachtsmarkt finden jetzt natürlich nicht mehr statt. Wäre ja auch ein bisschen Quatsch. Ja, dann gab es einen Bug und zwar, wenn ein Fahrzeug mit einem Patienten im Anhang, also zum Beispiel einen Rettungswagen, zu einem Krankenhaus hingefahren ist, dann kam es teilweise vor, dass der Rettungswagen ohne ersichtlichen Grund auf einmal in den Status 1 gewechselt ist und einfach zurück zur Wache gefahren ist und der Patient war auf einmal weg. Dieses Problem ist jetzt behoben. Ja, den habe ich gefunden, den Bug. Dann gab es von einigen Spielern noch den Wunsch, wenn man sich jetzt hier mal das Personal anguckt, ähm, ups, falsch geklickt, ähm, das Personal anguckt, dass man hier die Namen von den Leuten bearbeiten kann. Ähm, jetzt zum Beispiel aus dem Sebastian H., ein Sebastian A. machen. Ähm, das ist jetzt möglich. Ihr könnt jetzt praktisch die Namen eures Personals, eurer Feuerwehrleute, eurer Polizisten etc. verändern. Ja, und dann habe ich noch eine riesen Neuerung. Und zwar war es bisher immer so, dass wenn ihr einen Einsatz freigibt für den Verband, jemand aus eurem Verband schickt ein Fahrzeug zu euch, dann geht dieser Spieler aber in der Zwischenzeit offline, dann kam dieses Fahrzeug nie bei euch an. Das ist jetzt behoben. Das heißt, ähm, wenn ein Fahrzeug jetzt ankommt bei euch, dann kommt es auch tatsächlich an. Egal, ob der Spieler, der das Fahrzeug geschickt hat, offline oder online ist. Das ist es jetzt von mir gewesen. Ich hoffe, euch gefällt das. Wenn es euch gefällt, dann würdet ihr mich super freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, in die Kommentare hier was schreibt, bei YouTube, Facebook oder sonst wo. Wenn ihr irgendeinen Fehler gefunden habt, würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir das kurz mitteilt. Dann kann ich diesen Fehler beheben. Ich freue mich auf ein weiteres tolles Jahr 2014. Wünsche euch ganz viel Spaß beim Spielen und würde sagen, wir sehen uns die Tage. Bis dann. Danke. Ciao.